Hallo, wir sind hier am Hauptbahnhof Chemnitz. Wir haben den 21. Juni 2015. Zu meiner großen Überraschung steht hier die 201-101-3, eine V100 der Deutschen Reichsbahn. Ich komme gerade aus Köln von der 1989 Tour von Taylor Swift. Ich werde dann gleich hier mit der Erzgebirgsbahn wieder nach Hause fahren, im Jahr 2015 nochmal eine Reichsbahn V100 hier in original Farbgebung anzutreffen. Ja, das ist hier am Morgen ein netter Willkommensgruß. Ja, das ist hier am Morgen.